Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Manchmal denkt man schon, dass es unser Kanal ist. Ist doch unser Kanal. Es geht weiter mit der Renovierung und der Fabio mischt gerade das mischst du da zusammen. Ich habe euch ja schon im letzten Vlog gezeigt, dass hier die Tapete dran ist. Der Fabio muss aber jetzt noch die Seite machen und ich werde ihm das jetzt hier alles vorschneiden, damit ich ihm die geben kann und er das einfach nur dran kleben kann. Wir hoffen dann, dass wir bis Mitte nächster Woche hier auf den Boden verlegt haben und dann im Wohnzimmer weitermachen können. Ich bin gespannt, wie das so klappt. Wir haben jetzt, also die Wand war ja schon, die, wir haben ab da gemacht jetzt bis hier und jetzt müssen wir noch den Rest hier machen. Der Fabio hat hier schon die Tapeten vorgeschnitten. Das ist schon zeitintensiv, Leute. Also von da bis da haben wir jetzt mit zwischendurch ersten drei Stunden gebraucht. Ne, sogar länger. Vier. Okay, aber wir haben ja auch nicht die passenden Sachen, muss man ehrlich aussehen. Wir sind Anfänger, aber dafür machen wir es ordentlich. Ja, und wir müssen ja auch noch einkaufen. Ich bin echt müde langsam. Der Fabio hat sich gerade aufgeregt, dass ich sage, dass ich müde bin, weil er hat schon gearbeitet und ich nicht. Aber ich habe schon mal ein Video geschnitten und ich brauche einfach mehr Schlaf. Wir haben heute Dienstag, gestern haben wir die Tapete weitergemacht und ich wollte euch ganz kurz den Zwischenstand zeigen. Wir hatten ja gestern schon die Seite bis hierhin gemacht. Und haben jetzt aber die ganze Seite ab da fertig, wie ihr seht. Was gestern richtig schwierig war für Fabio waren diese Ecken. Vor allem ist die Wand nie ganz gerade. Zum Beispiel seht ihr auch hier, da ist voll wenig Platz am Fenster. Und hier passt dein ganzer Finger hin. Also das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Das einzige, was wir halt noch machen müssen, ist hier Tapete hin, so bis zur Heizung. Die Heizung müssen wir dann auch sauber machen und halt nochmal neu lackieren. Genau, hier müsst ihr auch noch Tapete hin machen. Und wir haben gestern noch den Boden rausgerissen. Das ist jetzt nur noch so eine Stoppore-Dingens, was hier sowieso drunter lag. Super Dämmung, top, wenn ihr das mal vergleicht. Guck mal, dieses dünne Ding war da und wir haben solche Teile, die viel dicker und isolierter sind. Also der kann immer richtig viel Kälte vom Keller hoch, weil direkt unter uns ist der Keller. Auf jeden Fall muss ich aber jetzt arbeiten. Gestern hatte ich noch frei und muss aber jetzt bis Freitag, also bis zum 31. arbeiten. Der Farbe wird am 31. schon frei. Aber ja, dementsprechend kann ich halt nicht den ganzen Tag Farbe helfen, weil ich halt erst um 9 Uhr heute Abend wieder zu Hause bin. Aber wir kriegen zum Glück Hilfe auch wieder von unseren Freunden. Also der Lärm kommt heute wieder vorbei. Und wenn der Farbe dann fertig gearbeitet hat, der hat ja die ganze Zeit Homeoffice, deswegen kann er nach dem Homeoffice direkt wieder anfangen. Ja, 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 mein Comeback ist heute hier auf Lauders. Du siehst aus, wie jetzt hätte ich dich auf der Straße gerade eingesammelt. Warum bist du so zu mir? Ja, mit deiner Hache. Aua! Ja, auf jeden Fall wird der Farbe dann, nachdem er fertig ist, mit der Arbeit weitermachen. Du bist ein Frauen-Schläger. Ach, endlich, Moment. Du bist so schlecht. Du bist ein Männer-Schläger. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Ach so, ja, was ich sagen wollte. Wenn ich nicht hier bin, will ich euch natürlich trotzdem zeigen, wie es weitergeht. Ich denke, habe ich eben mit Fabio auch gesprochen, dass der euch dann ein bisschen mitnimmt. Also nicht wundern, wenn auf einmal der Farbe die Kamera in Hand hat und ich gar nicht vor Ort bin. Auf jeden Fall finde ich es krass, wie viel heller der Norm ist. Nur weil die Tapete abbeiß ist. Ja, ihr könnt schon die Decke streichen. Ja. 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 Können wir. Hier geht es auf jeden Fall nicht gut. Hallo. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall schminken und werde mich auch den Weg zur Arbeit machen. Motivation ist groß. Nicht. Wie findest du, wie habe ich das gemacht? Scheiße. Ich bin ehrlich? Nein, ich bin richtig stolz auf dich. Ich bin ein Anklänger, ne? Für jemanden, der das zum ersten Mal macht, muss ich mir echt auf die Schulter klopfen. Vielleicht hier ein bisschen zu weit, sonst hat ich ein bisschen... Ich habe gestern schon gesagt, dass ich stolz auf dich bin. Nee, aber... Fabio muss halt nur noch diese Dinger hier abschneiden. Das hat er gestern nicht gemacht, weil es noch nass wurde und er Angst hat, dass das einreißt. Wir haben gestern den ganzen Tag auf die Lippe gewissen. Jetzt ist es voll dick, sieht man das? Das tut voll weh. Bill, umer... Warte. Ich muss kurz für die Leute zeigen, was es bedeutet, wenn man eine Wohnung raucht. Das sieht man gar nirgendwo. Bei dem Reiniger machst du einmal tsch... Und machst du den hier einmal wie schon weg. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an zu schleichen, gucken an Gesicht, wir haben eben geschliffen... Das ist jetzt einfach nur... Hey, Friends. Ich bin wieder weg von der Arbeit. Ich weiß nicht, was der Fabio euch gezeigt hat und gezeigt, wo ich weg war. Aber, oh mein Gott, er ist gerade die Decke am Streichen. Und irgendwie dachte ich vorher, die Decke war weiß, aber jetzt sieht man, wie gelb die war. Voll krass. Und hier hat er mit einem Freund die ganzen Ecken gemacht. Und die Türen hat der Fabio... Hä, hast du nur die eine Seite abgeschliffen? Ja. Achso, hier hat der Fabio schon die Tür abgeschliffen und hier noch nicht. Damit wir die auch neustrechnen können. Und ich habe so einen kranken Hunger. Und jetzt hat der Fabio schon Blutlauflauf im Backofen gemacht. Boah, ich habe so Hunger. Krank. Ich räume jetzt mal auf und dann melde ich mich gleich wieder weich. Ich packe jetzt mit an. Fabio weist mich ein. So, das brauchst du jetzt nicht. Du kannst schon mal... Ich kann einfach heute wieder meine Haare waschen, ne? War schon vollgefressen von dem Nudelauflauf. War der mal lecker. Also als erstes nimmst du so ein bisschen Farbe und gehst dann hier, ne? Dann gehst du hier. Ach, die Decke? Ja. Weißt du, ob ich mich freue, dass wir weiße Wände haben und ich auch vor so weißen Wänden Fotos machen kann? Weil ich so einen cleanen Hintergrund habe. Ja. Ich glaube, die Ecke hier... Oder irgendwo mache ich einen schönen Sessel hin für gute Fotos. Oder irgendwo mache ich einen schönen Sessel hin für dich. Mit Fabius kann sie nicht. Langweilig. Ich finde es so lustig, dass sie da reingefallen. Wir haben jetzt die Wand einmal gestrichen. Die Wand haben wir noch nicht, weil das direkt das Schlafzimmer von unseren Nachbarn. Ich möchte, dass wir die noch wecken. Meine Hände tun richtig weh. Auch wenn die Morgenrufer Musikkarte haben. Mein Gott. Fabio strecht jetzt da noch den Kasten, wo die Rollladen drin sind. Und noch so ein paar die Ecken. Und dann am Ende morgen das zweite Mal drüber gehen. Und dann können wir hoffentlich am Freitag schon den Boden verlegen. Ne? Was machst du denn eigentlich Donnerstag? Weil dann haben wir schon zweimal gestrichen. Vielleicht kommt schon Donnerstag. Stimmt. Wenn das alles so fährt, also so... Das ist so, wenn ich mal hier zum Beispiel habe, dass man feiert, wie Geld. Und dann... Ja, das ist echt geil. Heute haben wir dabei hier erstmal Arbeitskraft. Stell dich mal kurz vor. Jasmin. Zeig mal, was du so drauf hast. Ich kann bohren. Ja. Ich kann spachteln. Okay. Ich kann schrauben. Krass. Ich kann abziehen. Boah, krass. Und ich kann... Ja. Ähm... Ähm... Streicheln. Sehr gut. Warte, Tapne, Tapne. So Leute, ähm... Jasmin hilft uns heute. Morgen kommen noch andere... Ein Loch! Macht ja ein Loch. Jasmin hilft uns heute. Ähm... Der Ryan kommt später... Und... Isabel und Dodi kommen morgen... Und äh... Leon und... Judith helfen auch. Was ist das denn? Willst du einen TikTok jetzt machen? Ja. Guck, die kommt hier nicht, um zu arbeiten, weil wir einen TikToks zu drehen. Ist das hier ein Save? Ja. Klingel nicht auf. Ich brauch deinen kleinen Finger. Klingel gleich erst meinen TikTok. Nein, du musst schon kommen. Till weischt. So Freunde. Ja, meint der Donnerstag. Tut mir leid, wenn dieser Vlog nur in diesem Raum gerade stattfindet. Ähm... Auf jeden Fall wollte ich zeigen, was jetzt meine Aufgabe ist. Ich muss nur in einer Stunde ungefähr zur Arbeit. Aber bis dahin muss ich... diese Heizung sauber machen. Dann haben wir nochmal komplett ein zweites Mal gestrichen. Dann muss ich jetzt halt gucken, ob da irgendwo Flecken sind. Also so sieht das eigentlich voll gut aus. Wenn man von der Tür aus guckt, sieht das aus wie ein bisschen Flecken. Aber es kann auch sein, dass es noch nass ist. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ähm... Jetzt müssen wir euch noch einmal drüber streichen. Dafür haben wir auf jeden Fall nur mal die Decke streichen. Ansonsten fangen wir wahrscheinlich heute schon an, den Boden zu verlegen. Und da bin ich richtig, richtig gespannt. Weil ich glaube, das macht immer so viel aus. Ja. Aber ich werde jetzt erstmal die Heizung aber machen. Heute ist der 31. Also heute ist Silvester. Ich war, ähm... Bis eben noch arbeiten. Ich weiß gerade nicht, was das Letzte war, was ihr gesehen habt. Oder was gefilmt wurde. Auf jeden Fall sind wir leider ein bisschen genervt. Wir sind ja fertig geworden mit der Wand in dem einen... Also in unserem zukünftigen Schlafzimmer. Wir haben es fertig gestrichen und alles. Ich habe die Heizung ja sauber gemacht. Ähm... Und jetzt wollten wir eigentlich anfangen, den Boden zu verlegen. Also Fabio hat das gestern angefangen. Und irgendwas ist mit dem Boden falsch. Also wir hatten auch einen Freund bei uns, der das auch schon ein paar Mal gemacht hat. Und das ist ja auch eigentlich nicht schwer, ein Klicklaminar zu verlegen. Ähm... Aber irgendwie hat das nicht richtig eingerastet. Und es hat nichts gebracht, den zu verlegen, weil es immer an allen Seiten wieder rausgegangen ist. Und dann war Fabio heute im Bauhaus. Und hat halt denen das Problem geschildert, denen das auch gezeigt und so. Und der hat das davor auch nicht hinbekommen. Und meinte auch, das hätte er noch nie erlebt und so. Also wir hatten hier auch einen Profi, also der das beruflich macht. Und irgendwas stimmt mit dem Boden nicht. Also wir haben ein bisschen Angst, dass das halt eine Vierproduktion war. Und ja, bis dann halt der Boden ankommt bei uns und alles, was wir loslegen können, wissen wir nicht, wie lange das halt dauert. Und deswegen haben wir gerade ein bisschen Sorge, weil wir haben uns ja jetzt beide Urlaub genommen. Und wollten das dann in zwei Wochen schaffen. Und so einen Boden zu verlegen geht ja auch schnell. Also wir hätten heute schon den einen Raum komplett fertig gehabt und hätten schon mit dem nächsten angefangen. Und ja, dementsprechend sind wir dann ein bisschen abgefuckt. Was ich blöd finde, so ins neue Jahr zu starten. Wir sind heute bei Jasmin eingeladen. Ähm, das müssen wir jetzt auch noch fertig machen. Fabio holt gerade seine Tante aus Italien vom Flughafen ab. Die ist nämlich jetzt hier zu Besuch bei der Mama für zwei Wochen. Und der ist halt extrem gestresst gerade und genervt. Und ja, ich habe gerade die Shisha sauber gemacht und das Raclette, was wir mit, also diesen Raclette-Grill, den wir mit zu Jasmin nehmen. Und ja, wollten wir jetzt langsam mal fertig machen. Ich habe auch irgendwelche Sachen eingepackt. Ich weiß, ich sehe heute wahrscheinlich gar nicht fancy aus und die haben sich alle voll schick gemacht und so. Oh, so habe ich mir meinen Silvester nicht vorgestellt. Aber ja, ich versuche trotzdem positiv zu bleiben, dass das irgendwie klappt. Ich nehme mich auf jeden Fall heute noch mit bei Yassim, bei der Silvester-Party. Und ja, dann gucken wir mal im nächsten Vlog, wie es so weitergeht, ne? So, in dem ganzen Chaos hier möchte ich mich jetzt schminken. Ich werde es auf Instagram mitnehmen. Mal gucken, ob ich aus diesem Gesicht jetzt noch irgendwas ansehnlicheres für Silvester zaubern kann. Ähm, ja, ich mache mich jetzt auf jeden Fall fertig, deswegen sehen wir uns dann gleich. Also wenn ihr mich dann das nächste Mal seht, sehe ich komplett anders aus. Vorher. Sollte Fabius Alkoholik haben? Und dann? Erst Salz, dann Tequila, dann Zitronen. Gibt es auch Laviwache? Gibt es auch Laviwache? Jetzt, du, Lauri. Alles, 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 das warst du, alles, war das alles? Nein? Du hast nicht mal die Hälfte getrunken. Laviwache, ich habe die Figila. Lauri, du musst ganz viel Salz, alles auf einmal. Mach einfach alles runter und dann Zitrone. Du musst, jeder musste. Ich kann nicht. Du musst, kipp es, mach deinen Hals auf. Mach Hals auf und so runter. Kipp es runter. Du schaffst das. Du schaffst das. Denk dir mal nach, trink nicht wie Wasser. Kipp es runter. Ich kann nicht. Kipp es runter. Laura! Wuhu! Oh nein. Und die beiden Zitrone sind auch so lecker wie gerade. Das hier hat richtig viel Food-for-barated. Ey, wo ist das Brot-Banake? Aber du isst das erste Stück dann, ne? Nein. Ja. Du isst das dann. Ey, weg, ey, Leute. Leute, der Papa ist wirklich sehr genervt. Deine Zitrone, ich zeige euch, was ich mache. So war es noch kommentiert. Ja, ich schreibe ich da. Ich hab das im Blick gesehen. Leute, hier hat's jetzt einfach diesen Dattel-Dip selber gemacht. Der ist so, so lecker. Leerti ist fleißig am Fleischbraten. Ich brauche nicht mal heute das Ganze. Ich bin schon Buche. Geburtsbraten. Für wie viel denn die Stunde? Müssen wir mit der Lena klären. Kosten wir. Kostenlos. Feuer. Feuer. Albaner und Helena. Das kriegt man nicht so oft, ne? Ober, wir haben auch gleich noch Teuter, ne? Oh mein Gott. Wow. Details, Leute. Sarah, griffst du gut? Ich hab mein Ring verloren. Oh, scheiße. Oh nein, wo ist sie denn? Oh, Schatz. Danke. Leute, Laura ist nur hinter der Gruppe. Willst du auch noch was trinken? Ja, sonst trinke ich alleine. Ja, sonst trinken wir mal gleich. Gäste, die vier jetzt? Mehr? Mehr? Okay. Das ist schön, Aja. Wow. Was trinkst du? Jardin ist in der Tee, Kaffee und euch Show me your dance Ich kann das nicht Ich weiß, ich weiß Hat er wirklich gerade so rausgebracht, dass ich nicht mehr wusste Ach Schatzi Aber es tut gut Au Okay Hey Das sieht so krisch aus Nein, das hat er nicht gesagt Das ist so krisch Junge, drehen die gerade mein Chardonnay Ich weiß, kann man dir helfen Oh 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 Wuhuuu, wuhuuu, wuhuuu Das kann weg, meine Glocke Perfekt Das ist alles was ich, jawohl Hat der Halef und Niederheimальную liier Okay In den Schalaten Hör man, aber es ist das Nämlich Momin Hey 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 Ich hatte den Schalaten Ich hatte den Schalaten Ich hatte den Schalaten Ich hatte die Bedeutung Ich hatte die Bedeutung Baby, you, what I do. Geht's dem Gursch? Let's go. Alter, ich hab voll den Kulturschock. Noch mal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich hab meine Tage heute. Und, ähm, ja, deswegen bin ich heute auch ein bisschen, ach, achtet einfach nicht hier drauf. So, kommen wir zum Stift von Color Sensational. Sensational, so wie ich, ich bin auch sensational. Den müsst ihr ganz leicht auftragen, ich zeig euch den mal hier so. Kommen wir zum nächsten Geschenk von meinen Fans. Den kann ich euch auch ganz, 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 ganz ans Herz legen. Ist von der Marke Mac. Ja, ich mach euch mal eine kleine Story-Timeline. Gestern, ne, ich treffe mich ja zur Zeit mit einem Jungen. Leute, kennt ihr das, wenn ihr euch mit dem trifft und ganz angespannt seid und dann anfängt zu schwitzen? Und, ähm, bei mir war es halt ein bisschen anders. Ich hab woanders geschwitzt. Und, ja, es war mir halt ein bisschen unangenehm, weil es dann zur Sache kam. Ähm, ja, ich sag euch nur eins. Für solche Situationen habe ich das hier. Ihr klebt es euch unten dran und dann seid ihr trocken. Den ganzen Tag. Das Produkt 2021, das Jahr, also wirklich von diesem Jahr das beste Produkt. Also sie ist am Kosmetix. Yes. Ich klebe die mir jeden Tag hier drauf. Wirklich jeden Tag. Wasserfest. Staubfest. Damit kannst du arbeiten gehen und es sieht immer noch toll aus nach der Arbeit. Wirklich. Also, es verspricht, was es sagt, oder? Ja. Kannst du es bestätigen? Ja. Adorable. Hahaha. So, Leute. Weil ich die Ehre dazu habe, das Video abzuschließen, sage ich euch jetzt mal ein paar schöne Wörter. Seid gesund. Bleibt gesund. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Schätzt es, dass ihr gesund seid. Und denkt einfach immer dran, es kann immer schlimmer kommen. Seid glücklich mit eurer Situation und seid einfach ein guter Mensch. Das ist das aller, allerwichtigste. Versucht in dieses Jahr als guter Mensch zu starten. Auch wenn ihr es davor seid, versucht es einfach noch besser. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Video. Abonniert den Kanal von der Laura. Lasst ein Like da. Ein Abo. Und sie macht ihre Arbeit wirklich toll. Ich bin auch sehr stolz auf die Lauri. Unterstützt die Dame, die hat es verdient. Danke, Duli. Und nichts geht ohne ein Video aufessen, oder? Ja. Ich weiß, der Duli hat gerade schon den Abschluss gemacht, aber ich wollte mich natürlich auch nochmal bei euch verabschieden, beziehungsweise euch erstmal ein frohes neues Jahr wünschen. Das habe ich euch hier noch gar nicht gemacht. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß gestern, beziehungsweise, ja, war noch gemeint, als ihr seht. Habt schön reingefeiert und startet mit ganz viel positiver Energie ins neue Jahr. Ich bin irgendwie froh, dass das Jahr vorbei ist, muss ich sagen. Also, ich habe auch noch mal viele schöne Sachen erlebt. Auch Dubai-Urlaub, Sizilien-Urlaub und alles. Also, wir haben echt schöne Sachen gemacht, aber trotzdem war das ja irgendwie, fände ich blöd. Abgesehen von den ganzen schönen Sachen natürlich. Aber so diese Grundenergie war irgendwie negativ und ich hoffe, dass das nächste Jahr besser wird, beziehungsweise ich bin sehr sicher, dass es besser wird. Ich meine, wir ziehen hier ein, wir werden gerade alles um und auch wenn es viel Arbeit ist, wir freuen uns natürlich beide, wenn es endlich fertig ist und ja, ich bin gespannt, wo das Jahr so hinführt, auch was YouTube und Instagram angeht. Ich würde mich auch bei euch bedanken. Ich mache YouTube ja erst seit einem halben Jahr und trotzdem seid ihr alle immer so konstant dabei und unterstützen mich und dafür bin ich sehr dankbar und hätte nicht gedacht, dass das so schnell so gut klappt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen die 7.000 Abonnenten geknackt. Richtig cool. Also ja, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der dabei ist und meine Videos tagtäglich bzw. wöchentlich guckt. Und ja, wollte ich euch einfach mal Danke sagen. Und damit beende ich dann auch das Video. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen und für die, die meine Videos gucken, aber nicht folgen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann nächsten Sonntag wieder. Müsst du noch Tschö sagen? Ich habe einen Schnee. Ciao. Ciao. Tiefいくfalt. Ich habe einen Gerät. Ich habe einen Knall gesե�itten.